uh ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu amazing world mit der amazing sally und dem komischen spucki der komische spucki mit seinem bester oder seinen nächsten pullover keine ahnung ja genau genau wir haben ja keine folge mehr gebracht jetzt sind wir endlich mal wieder soweit es gibt ja jetzt auch ein crafting system das werden wir auch gleich testen warte mal muss mal wieder raus so mir wie gehen dazu muss man zu blumen gehen ich habe es aus versehen nur eben schon angequatsch machen wir noch mal die blooming flower rezepte genau man kann jetzt blumen rezepte und so was nehmen und andere aber wir brauchen jetzt erst mal ein crafting table glaube ich mir erzählt ihr irgendwas von lamp lamp checke lamp challenge hast du die schon angenommen gehabt oder was okay mach jetzt gerade mit den rezepten mit dem crafting aber die hat mir jetzt irgendwas anderes nämlich erzählt warum ich mache jetzt ich muss jetzt ich weiß gar nicht was ich jetzt kraft muss blooming plant genau make it ich habe jetzt eine mission von der woher und hab gar nichts zum kraften hier und man schaut du musst sie an quatschen man ja habe ich ja aber da kriege ich eine mission da ist ja auch eine mission das crafting mission okay ja amazing sap ach so das sind meine rewards ich musste jetzt blumen ach man scheiß werbung hier immer jetzt ja eben hat es mal eine andere mission geben jetzt gibt es immer die okay gut weil die andere mission weg auch haben get crafty steht bei mir nur ne sonst habe ich keine was war das jetzt blooming plant na muss man ja dazu nicht lesen make it genau noch nicht weiter anquatschen sonst christin nächster wir gehen mal so lange also spins erstmal holen weil die haben müssen ja sonst noch die der timer läuft ja weiter genau weil hier noch ein paar tolle sachen vier spins haben wir let's get to it friend oh wow ep weiter spinnen so lecky bei mir ohne witze weiß nicht warum das müsste eigentlich letztes mal ging es doch bei dir auch deswegen verstehe ich auch was im hintergrund laufen obwohl jetzt geht es wieder hier nicht du hast kein popcorn gekriegt weil du hässlich bist super sunflowers habe ich bekommen ich hab moonflowers du bist der mond und ich bin die sonne oh der schreit so ach man der soll nicht so schreien aber ich habe ja noch andere samen gehabt schrei mal nicht so ich habe jetzt zweimal popcorn die liebe sind jetzt einmal und jetzt habe ich auch moonflower sieht es jetzt habe ich popcorn gegessen auf popcorn zu essen wir haben jetzt ganz schön viele blumen im ding und den crafting table haben wir ja im inventar und den können wir glaube ich zu hause aufstellen wenn du so weit bist dann gehen wir wieder zu blumen schau mal wenn ein riesen kopf du hast überall ein riesen kopf egal was wir spielen immer ein riesen kopf nein wir gehen wieder zu blumen schau mal was hast du für man sieht dass du du hast popcorn hast du gegessen ich habe jetzt popcorn gegessen schau mal hier mal den mondschimmer du komisch du schwebst schon wieder so komisch jetzt gehen wir wieder zu blumen ja wir kommen ja schon blumen bei gar nicht sie hat ein ne jetzt übersetzt du mal ähm natürlich werden wir mehr rezepte noch erst machen was du hast was ganz anderes dastehen aber du musst mehr materialien sammeln lass uns das nun versuchen ich habe einen traurigen brief von twinkle bekommen sie sagt den nixen versuchen was ihr ihr grundstück zu zerstören ne ne so schlimm steht es jetzt nicht da was sie refusing to sing äh sing also sie will singen okay er sind nix out of twinkle's yard nehmen wir mal an das war glaube ich das was ich eben hatte ist das habe ich jetzt erst gekriegt also wir müssen jetzt noch irgendeinen garten hast du oben den pfeil keine ahnung dann mach du deine und ich geh jetzt meine machen schnell ok kann man hier die schnelleren geht nicht ich musste mich jetzt die materialien hier sammel so krank so krasstդ hier paaren sich wegen nixen die nixen ich habe aber оч einmal kohle gekriegt wie traurig ist das denn genau da sind glaube ich die nixen genau die müssen wir verjagen genau diese fiesen fischer was steht denn hier die statue hat sich bewegt bei mir gerade die auch wirklich geht weg hier aus dem garten warte mal ich muss die maus wieder langsamer machen acht stück muss ich verjagen verpiesel dich muss die anklicken diesmal wie ist das denn das ist mein haus ich habe das jetzt abgeschlossen und jetzt muss ich mal gucken ob hier irgendwo noch die aufgabe ist steckt fest so eine scheiße die habe ich rechte abgebrochen habe ist hier anscheinend nicht mehr daher was mit mir steckt fest nicht und erschreckt du hast angst doch nicht geklappt hatte ich jetzt muss ich zurück zu blumen ob ich jetzt hier warten oder was also ich bin bei blumen weil ich habe die aufgabe da schon abgegeben aber keine ahnung mal gucken was es uns jetzt gibt eine bekomme einen reward habe ich bekommen angeblich tools gold nee quatsch das sind wahrscheinlich aufgaben die wir noch erleben müssen aber jetzt habe ich die aufgabe bekommen die du gerade hattest du machst du kannst ja jetzt die eine schon machen die ich gemacht habe dann willst du jetzt wahrscheinlich ja die wird jetzt wahrscheinlich kommen denke ich meinst du stimmt luxe also lamb challenge meinst du zwei auf von vier steht hier bei mir ja ja genau hast du zwei von vier gemacht oder die 1 4 die ich glaube das war die zwei das war diese dieses crafting teile sammeln jetzt muss ich dir nichts erscheinen ach so collect the fabric or twinkle's yard ok genau woher war das eben bist du süß twinkle twinkle little star nein nicht du du bist doof ey ey du bist spucki was ist denn an einem spucki süß du bist an einem spucki süß so guten tag guck mal ich muss ja auch arbeiten ich muss das hier sammeln okay ich musste in ihrem garten diese coins sammeln wo dich nicht was damit du hier am bauen so zeug okay ich weiß ja nicht was das ist für die lampe wo sind das vier das hat sich auch alles hier hat sich versteckt mach hin er spucki trudelt wie man auch das hier ist lamb challenge eins von vier diese dann hast du das du kannst dich zu blumen zurück portieren mache ich gerade ja warum läufst du denn leute könnt ihr mal in den comments schreiben wie trottelig der spucki ist ihr könnt ja mal ganz viel misslos schreiben ganz viel strott trottelig und jetzt kommt teil 3 denke ich mal und wie fies send die ist ach so das ist das zeug was wir jetzt gekriegt haben na jetzt habe ich ja das hier war nämlich teil 1 davon das ich gerade gemacht habe naja jetzt du gerade hast da habe ich teil 2 gemacht jetzt musst du teil 2 machen und ich teil 3 wahrscheinlich komm her blumen wir sind ja genau jetzt kommt bei mir teil 2 sind glückliche twinkle hat keine was wechsel blablabla ich hab kein bock zu übersetzen das erinnert mich twinkle neue frische blumen zu bringen für ihren kleinen raum kannst du sie fragen welche blumen sie möchte natürlich wir waren ja auch gerade erst da und wieder hin obwohl ich könnte mich ja eigentlich auf porten aber wir sollen nicht laufen ja da am baum da ist eigentlich sandys rosen das ist deine unterwäsche höchstens mit dem fallschirm bist du da hängen geblieben oder was das ist deine unterwäsche wie kommt sie an den baum also sagt mich hier bin ich jetzt bei der richtigen da soll es mir doch nicht immer wenn ich duschen gehe die unterwäsche an die bäume hängen ich geht vor ihr denkst du willst deine hässliche unterwäsche haben so wie kann ich mit originellen blumen meinen tinkenden unkleideraum verschönern ich brauche blumen die die leuchten super das ist ein jump and run so wie es scheint oder irgendwas anderes ne ist glaube ich ein jump and run oh ja jippie auf dem weg bin ich jetzt auch zu der twinkle lol diesmal bin ich ein bär cool ein bunter bär und das ist auch ein ganz anderes jump and run das kenne ich noch gar nicht klingt doch gut das hier mal gucken ob hier irgendwo münzen sind aber anscheinend nicht irgendwann nach ganz unten hier sind aber nur so münzen so wie es scheint hm hier ist ein schalter keine münzen diesmal so ne schiete so mies ja richtig äh leitzig hier echt mal die war ja auch schon mal cooler weee weee oh jetzt bin ich fast drüber gesprungen und ich bin jetzt auch im ladebildschirm zu dem minigame ich hab bauchschmerzen was cola die ich getrunken hab oh tut mir der bauch weh ich will da wieder hoch also lieber mal ordentliche cola mitbringen lassen da war ja keiner da ja keiner ich trinke nie wieder cola ok ich fall da an und runter ich will eigentlich hoch ich glaube jetzt wieder zurück wenn es mich nicht haben will dann glaube ich woanders hin genau hier geht es wieder hoch hoffe ich lass mich hoch ups jetzt werde ich fast wieder runtergefallen wow das war das karussell ja ja das ist das nervvoll da bin ich immer noch ich brauche mich noch eine pflanze aber ich weiß nicht wo die ist bestimmt da oben irgendwo ja einer fehlt mir jetzt auch noch oh kacke ach das sind zwei karussell übrigens und man rutscht da drauf das blatt fällt runter mit der zeit ne das auch ich stehe auf der glasplatte ah ja jetzt bin ich auch auf dem glas fertig zuerst ha 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 return to bloom jihihi fertig was gibt es denn hier schönes sp gibt es gar keine ep mehr war also diese amazing points ap naja stimmt da hatten wir das letzte mal ja nicht mehr deswegen warte so lange hier also ich sehe dich schon da stehen ja genau ja auch schon da dann können wir ja wieder anquatschen dann sagt doch dass du da bist ja ich hab gerade noch das dings bekommen die belohnung und so dann übersetzt du diesmal warum muss ich ja noch übersetzen warte mal ich rede mit ihr übersetzen mach hin also twinkle hat mir ein bündel dieser leuchtenden blumen hier gegeben zurückgeschickt sie sagte sie müssten ihre schönheit wieder spiegeln spiegeln genau kittypull so nächstes letzte aufgabe für die lampen challenge genau lass uns diese letzte challenge erledigen benutze die leuchtenden blumen um wunderbare lampen für unsere gärten zu machen für beide gärten so okay nehmen wir an was müssen wir jetzt machen ach rotate zu okay puzzle rotate wieder yippie meins ist fast fertig das ist jetzt richtig rum müssen ach das war schon richtig jetzt habe ich das ganze umsonst gedreht ich musste dreimal oder so drehen bei mir so wow alles jetzt ist auch noch komischer vogel da unten nochmal erschienen und vorwerb mir rein ey ich habe eine glowing flower lampe für unser haus ja geil also leuchtende blumen lampe good job well done nach hinten wir müssen die folge beenden ja und ich muss aufs klo bist soweit ja genau ich habe die glowing flower lamp ich denke mal die die nächsten quests machen wir in der nächsten folge dann gucken wir uns das mit dem crafting system nochmal an ihr glaubt wir können nämlich den den tisch bei uns zu hause aufstellen dann machen wir das in der nächsten folge dann sagen wir mal wieder danke fürs zuschauen genau ganz vielen lieben dank bitte gerne mal in die kommentare schreiben wie euch das spiel gefällt und ob er es selber spielt äh oder beim spucki vorbei der ist in der beschreibung verlinkt ja bis zum nächsten mal und natürlich auch bei sandy ist auch in der schreibung verlinkt nee bin ich nicht geh tschüss spucki tschüssi tschaui sanni